Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine oder auch mehrere solche Hohlwanddosen richtig für zum Beispiel eine Steckdose hier einbauen und somit auch in Riege besetzen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte meine Gipskartonplatte später hier eine einfache Steckdose und hier unten drunter eine Doppelsteckdose montieren. Und hierfür verwende ich jetzt einfach mal solche Hohlwanddosen hier mit einem Durchmesser von genau 68 mm und wie bei jeder Arbeit an elektrischen Anlagen unbedingt die 5 Sicherheitsregeln beachten. Zuerst mal markiere ich mir hier die Mitte von meiner Steckdose mit einem einfachen Kreuz und anschließend nehme ich noch eine Wasserwaage zur Hand und schaue, dass ich hier das Kreuz einfach so groß mache, dass es über meine Hohlwanddose später hinausschaut. Als nächstes körne ich mir mal die Mitte hier genau an und ich kann mit meiner 68 mm Lochsäcke hier jetzt mein Loch hineinbohren. Falls es sich jetzt übrigens stört, dass das Loch hier leicht ausgefranst ist und somit unsere Hohlwanddose auch nicht 100%ig bündig mit der Wand sein kann, was übrigens kein Problem sein sollte, dann wird es auch noch solche speziellen Lochfräser hier geben. Diese haben auch einen ganz normalen Durchmesser von 68 mm, aber hier unten nochmal so eine kleine Fräse, wodurch das Loch jetzt halt hier aus nämlich noch leicht angefräst wird und somit danach unsere Hohlwanddose hier wirklich schön plan aufliegt. Bei mir passt es soweit aber erst einmal, weswegen ich mal das entsprechende Kabel jetzt auch durch mein Loch hier durchgebe. Und dann muss ich mal noch die passende Kabeldurchführung hier bei meiner Hohlwanddose öffnen. Darüber steht übrigens auch 3x1,5 mm², was jetzt bei mir auch passen würde, deswegen ich einfach mal mit so einem Schraubendreher hergehe und in der Mitte die entsprechende Öffnung einmal durchsteche, denn danach kann ich das Ganze hier außen einfach nehmen mit meinen Fingern und so leicht abdrehen. Und somit ist die Kabeldurchführung auch schon offen. Als nächstes gehe ich meine Leitung erst einmal durch diese Öffnung hindurch. Hier muss man übrigens mit etwas Druck arbeiten, da natürlich jetzt die Öffnung auch perfekt auf das Kabel abgestimmt ist und somit auch immer eine entsprechende Zugentlastung vorhanden ist. Bei mir lasse ich jetzt einfach mal ca. 10-15 cm rausschauen und danach kann ich jetzt nämlich auch meine Hohlwanddose hier schon mal in die Wand hineingeben und das Ganze jetzt mit den Schrauben und den Strichen, die ich ja vorhin angezeichnet habe, schön ausrichten. Wenn alles ausgerichtet ist, brauche ich mal noch einen Kreuzschraubendreher und mit diesem muss ich die leicht versenkten Schrauben hier außen jetzt einfach mal mit Gefühl festschrauben. Sobald man nämlich jetzt etwas gedreht hat und dann einen leichten Widerstand spürt, hat sich dieser Haken hier auch schon auf der Rückseite bei unserer Regipsplatte festgezogen. Wenn man es übertreibt, dann macht man die Platte leider kaputt und somit können wir nämlich dann auch schon unsere zweite Schraube hier unten auch festmachen. Und somit haben wir auch schon eine einfache Hohlwanddose richtig eingebaut. Wenn ich jetzt zwei oder auch mehrere Hohlwanddosen nebeneinander anbringen möchte, gehe ich eigentlich relativ ähnlich vor. Ich markiere mir erst einmal wieder die Mitte von meiner ersten Steckdose, dann muss ich einmal ganz genau 71 mm nach drüben gehen und hier ebenfalls meine Markierung setzen und die Striche am besten wieder mit einer Wasserwaage etwas länger machen. Wenn wir das haben, unsere Bohrstellen wieder entsprechend ankörnern, dass wir hier wirklich sehr exakt arbeiten und erneut unsere Löcher bohren. Wenn die Bohrungen passen, kann ich mal hier meine Leitung wieder entsprechend rausziehen und dieses Mal muss ich bei meiner Hohlwanddose erneut natürlich hier erst einmal diese Öffnung für die Leitung aufmachen. Die kann ich wieder ganz normal abdrehen und jetzt muss ich aber auch darauf achten, anschließend kommt meine Halterung, also meine Befestigung oben hin, dass ich einmal hier links diesen Verbindungsstutzen drüben auch noch aufmache, da ich natürlich meine Hohlwanddosen anschließend auch beide miteinander verbinden möchte. Und dieses kann ich auch wieder hier einfach abziehen. Bei meiner linken Hohlwanddose habe ich mal die rechte Verbindungsöffnung schon aufgemacht, weswegen ich die Dose jetzt auch schon hier einmal einsetzen kann. Und bei meiner rechten Hohlwanddose muss ich jetzt natürlich dementsprechend noch meine Leitung von hier oben wieder hineingeben. Man sollte wieder darauf achten, dass man ca. 10 bis 15 cm auf jeden Fall rausschauen lassen sollte und dann kann ich diese Dose nämlich auch schon hier hineinsetzen. Anschließend die Dose wieder nach unseren Markierungen hier ausrichten und dann kann ich sie auch schon wieder festschrauben. Anschließend kann ich dieses Verbindungsstück hier noch von der einen Seite einmal hindurchführen. Am besten geht es, wenn man mit der anderen Seite auch noch mit dem Finger etwas herhält und somit haben wir jetzt nämlich auch schon diese zwei Hohlwanddosen miteinander verbunden. Später können hier noch leichter durchgezogen werden und wir haben diese Dosen auch schon richtig montiert. Wenn du jetzt übrigens so eine spezielle Lochsäge hier Hohlwanddosen oder auch dementsprechend diese Verbinder dazwischen zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäft hier wieder fahren. Wenn du dir also eins von diesen Tests hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.